Hallo Leute, mein Name ist ZEIT, und damit herzlich willkommen zu ZEITZERGOOL. Ja, im letzten Jahr haben wir viele genommen, die einfach mal eiskalt einen Kuchen-Songermodet hatten. Und ein Kuchen-Bein. Hey, hey Kids. Wir sind mit eurem Bein. Und 50, danke. So. Äh, sag ich 50. Wir sind auf 10. 20, 20, 20, danke. Nein. 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 Entschuldigung, Sir. Ich glaube, wir haben nicht mal einen Dollar. Es ist da. Äh, ja. Perfekt. Diesen Weg, Leute. Wir haben hier auch einen Job. Ich sehe. Wer bist du denn? Hallo, Trevler. Hat ein Topion? Nein. 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 Ehr, der darf fett. Da darf du. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich weiß das, glaub ich nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ein langer dörfer auf irgendein grund so schön wenn wir den eingehen einfach das ist die 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 Stop talking. Was ist das? Was sagst du da? Ist meine böse Lache. Russelig, oder? Du klingst wie ein Baby von Santa Claus. You mean... Ich dachte, es wäre... Extrem oder so. What? Du willst wirklich wissen, wie es ist, guselig zu sein? Ganz ehrlich, ihr nervt mich. Töne mal das. Ich werde nur etwas von deinem Gesäß. Das ist nicht wahr. Oh, echt jetzt? Yikes! Warum ist das dann bestätig? Oh, stopp mir den Karten. Dein Gesicht wird sich ein bisschen verabschieden. Oh, okay, I get it. Thank you, purple girl. What? Thanks. It was kind for you. Du hast mich beigemacht, wie es wusel ich. Mit dieser bösen Lache. Hey, das war nicht... Und nun? Wirst du in den Mehlstuck aber hauen? Hey, wir haben die Beine rein an. Dieses Kind ist echt besonders. Okay. So, erst mal warnen. Die wollen ja nicht weisen. Oh, Puzzle, 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 Puzzle. Oh, es war so ein bisschen Deutsch. Friend. Friend. Hey, wir haben ein Freund. Freunde, ich bin ja so wichtig. Freunde, Freunde, ich bin ja so gut. Ich hab einen Freund mit ihnen und meine Freunde. Ich bin ja schon mal aus, ich bin ja auch so cool. Ich bin ja schon mal. Und tschüss. Ja, so war. Oh, guck. Quis, ein neues Puzzle. Oh nein. Ah, 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 ah. Lass uns die Regeln nicht lesen. Äh, sie ist nicht kaputt. So, hier findet es niemand raus. Puppe Erklärung? Das ist doch wie in die Regeln. Hm, wir müssen über unsere Einregel machen. Hm, warum klettern wir nicht einfach rüber? Ja, weil wir jetzt rausgehen können. Toll, dann müssen wir mit dem Puzzle arbeiten. Das ist der Beste. Ich weiß schon, wie es läuft. Wieder zu schieben. Klasse, Chris. Hey, Chris. Das wird alles gut. Und offen. Wow, du hast es geschafft, Chris. Good job. Na ja, was soll's. Los, Leute. Good job, Chris. Wieder ein Gegner. Das ist wieder ein Stein. Das istию, Sir. Das war's für heute. Wäre aber auch zu schön gewesen, ist eh nur ne Tua also, egal. Ach, ich wollte wieder weg. Ich will nicht kämpfen. Wir sollen erst nur ne Wagen ausrechnen. Oh, das ist wieder mal so easy. Oh, das ist wieder mal so easy. Defens? Das ist immer noch ganz klar. Ich glaube nicht, wenn wir das ist. Ich freue mich auch zu den 1.000.000 Berg. Es ist eine X-Fuhrer. Es ist eine X-Fuhrer. Es ist eine X-Fuhrer. Es ist voll kein X-Fuhrer. Ein Lächeln ist schon ungenültig. So, jetzt sehen wir, dass wir gerade safe sind. Es gibt den kompletten Schaden. Alles wert. Geschafft! Natürlich geht das in den Zeitraum. Das klingt doch nicht übers Herz. Gummiger Boden. Was ist das? Okay, wenn ich in das Licht laufe, kehre ich zurück, wo ich war. Oh-oh. Was ist das? Pok-Man? Ne. Bauern-Schaffsiko? Ist zu leben aber? Übel. Was ist das denn? Nein, wir haben einen Einschlafen. Wir haben einen Einschlafen. Dann müssen wir den Stopp-Up! . . . . . Das war's für heute. Das war ja mal überraschend. Okay, ihr habt dieses Schachtbrett überlebt. Wir sind halbwegs zum Schloss, also überraschend. Es ist echt eine Schande, dass ihr nicht weitergehen werdet. Weil meine Leute euch in eurem Blutbad stoßen werden. Eine Menge von Blut. Spritzende Blut. Ein riesengroßes Bad. Wow. Wir hatten Halloween einmal ausgeholt. Hey, little girl. Was ist, Gerrit? Why you asking me? Es war schön cool. Ich bin fein. Wirst du gutlich als du sein? Wanna be like me? Yeah! Oh man, das ist doch. Oh. Come on. No, I love this. Super cool. Oh, soll dieser Bucketman? Da tue ich das unsere Glut ein. Oh. Er ist not so big, man. Na ja, danke für das Feedback. Cool, Nigga. Hehehe. Den denke ich. Hehehe. Hehehe. Hier war in so'n Storeleisen, oder? Oh. Ja. Ich hab' das komplett vergessen bei den ganzen. Freunde. Jetzt mal ist das Ende für... Jetzt mal ist das Ende für... Ich hab' die ganze Welt klaut. Hat der... Offizie Name oder sowas? Ich hab' den Namen. Nein, hab' den. Wollt. Und pack sie hin ... the button... Ich hab' die ganzeคร drauf. Heheheh. Der registriert jetzt nachhomem los. Alright. Trend ist wieder. Deine Wand ist unterwegs. Stürmerern. Don, die langsbased. Ah, lass mich pipeline zurückkümeln. heheheh. Die langsituation war, D Isi- ich nehm noch nie paper du öffnest es die legendäre heros erfahrt sind meine freundschaft das ist meins das ist doch der perfekte name doch wir sind alle freunde noch ein wenig Spaß erstens das echte Mutten wegnehmen was denken wir schon unsere Gegner das wäre die beste Buddys oder was ich kenne was sind etwas kurzes ne etwas bunches etwas richtig cooles ich kenne was wo ist das wo ist das naja ähm Sonnengang ja das fühlt von ist perfekt ver-sie-fange ich nehm meine arme die dieser Lenzer naja da ich nicht weiß wann der nächste Safe Point kommt beende ich hier mal den Part damit danke für zusehen bleibt sozial lass naja da und bye circumstances